Hey Leute, herzlich willkommen zu den MC-Midigames Und heute machen wir einen Gast dabei, nämlich den Chillbane Yo Bitches! Äh, okay, nein, eigentlich nicht Äh, bist du? Da bist du? Links? Wo wollen wir hin? Wollen wir zu diesem Tower da? Oder ach, da geht schon jemand anderes hin? Äh Oder lass erst mal die mit uns da treffen Ja, können wir machen Okay Ach, die Map ist das... Ne, doch nicht Nein, scheiße Holschild und ein Diamant Ich hab gar nichts, was da Kettenstehen will Werden die jetzt verkacken, die richtig? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin jetzt hier hingegangen, zur Richtung Turm Hinter dir ist einer Das mag sein, und gut Er hat Schwert und er will dich gerade... Okay Na, so Den, gebe ich dem gleich eine Pingstelle Von mir Ach, die Map muss ich gerade nur öffnen, dann leckt das so ein bisschen Ja, jetzt mach ich ihn kalt Okay, ich hab ihn Ja, ich hab sein Schwert jetzt Gib mir wenigstens ein bisschen anders an Davon ist noch keiner Der Steinschwert, den hole ich mir jetzt Okay, ich geh auch mit drauf Pass auf Hä, Leute Hä, wer ist? Hä? Unten, unten Da, 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 da Ja, ja, den hab ich mittlerweile auch schon gesehen Alter, ich hitte den, ja, der ist down Okay Krieg ich die Eisen, äh, die, äh Die, äh Die, äh Die, äh Ich bin jetzt schon Da ist noch ein Spiel auf der anderen Insel Der hat fast gar nix Der hat, der hat Rüstung für dich Der hat gar nix Ich weiß noch Waffe Ja, darum haut der ab Der hält irgendwas in der Hand Ich glaub, der hält TNT bereit Kann das Ja, der hat, glaub ich, TNT Nee, der hat gar nix Da liegt ein Diamant Ja, geil, da haben wir zwei Diamanten Wo liegt der? Da unten Da haben wir Darf ich das die Erschwett haben? Ja, okay, kannst du haben Äh, da hast du den Krieg Nee Der liegt ja dir Ja, GG Alter Alter Richtig Geile Barbarota Alter Und ich wette mit dir Ähm Jetzt crash die Aufnahme am Ende Das ist so Das ist immer so Wenn ich so eine geile Runde habe Alter Und übrigens nochmal Nochmal Dankeschön An das geile Feedback von euch Äh, bei der ersten Folge von Hydra Hätte ich nicht gedacht Dass das wirklich so viele von euch kommentieren Und äh Da vorne, da ist einer im Wasser Ja Also der hat Steinschwert Der hat Steinschwert Aber sonst hat er nix Okay, ich geh auf den drauf Also, komm, ich pust dich Ich habe mittlerweile auch keine Rüstung Aber wenn er einen Stick hat Dann ist das geil Und dann ist noch einer Der hat gar nix Der hat jetzt nicht Hast du dich? Hast du dich? Nein Äh, okay, ich kill den da unten Nähmst, ne? Ich wusste der Ich wusste der Ah, da hinten ist der Der verbleibende Spieler GG Ich guck mal ganz, dass ich in den Kisten Ob da noch irgendwo Hast du, hast du, hast du, hey Du kannst ja wenigst das Steinschwert geben, oder? Ja, wenn wenn ich den gekillt habe da kommt einer da kommt einer mit stein schwert ich schwimme gerade genau auf dich zu guck mal hinter dich nein da kommen die machen wir die machen wir die machen den wo ich mir jetzt einfach sorry dass ich ja sorry leute wegen der verabschiedung die haben wir leider vergessen aus versehen die aufnahme abgebrochen ich glaube das ist aber gar nicht so schlimm deswegen sag ich auch jetzt einmal tschüss und ich habe gerne mal die mini games in die kommentare die ihr gerne haben wollte ich gerne spielen die die ich spielen soll und dabei aufnehmen soll könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss